Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Unboxing Video. Heute ist der 11.11.2016 und was ist gekommen? Das Nintendo Entertainment System in der Nintendo Classic Mini Version. Ja, ich habe es bekommen, ich habe es bekommen. Worum geht es? Worum geht es? Warnhinweise, ist erstmal wieder kein Netzteil dabei. Da steht es. Ganz großer Käse. Ja, 30 Spiele sind drauf und ich dachte einfach mal, ich packe es mit euch aus und wir gucken mal, was so alles drin ist. Machen wir mal auf. So, was haben wir denn da? Ein Pappkarton. Hurra, man hat mir ein Pappkarton geliefert. Was ist drin? Ach, eine Anleitung. Wunderbar. Als wüsste ich nicht, wie man sowas benutzt. Was haben wir denn da? Wie schließt man es an? Wieder mal in zig verschiedenen Sprachen. Ganz toll, braucht kein Mensch. So, jetzt kommen wir zu dem Besseren. Was haben wir hier? Später. Was gibt es hier noch in dem Karton? Einen Controller. Sieht aus wie der klassische NES Controller. Ich meine, er ist ein bisschen kleiner als der originale. Doch ja, das kann durchaus sein. Okay. Und am Anschluss hat er diesen, na, für die Wi-Mote. Den haben sie wohl standardmäßig behalten. Gut, ist ja so immer schon mal nicht schlecht. Alles klar. Guck mal weiter, was da noch drin ist. Ach, immer diese Kappe hier. So, weg damit. Ein HDMI-Kabel. Sollte zumindest dabei sein. Hat man ja auch in den seltensten Fällen. Und ein USB-Micro-Kabel. So, das kann man erkennen. Keine Ahnung. Gut. Dann packen wir mal das gute Stück hier aus. Zack. Da ist er. Der kleine NES Mini. So schaut er aus. Die Anschlüsse für die Controller. Power. Reset. Hinten haben wir dann einen HDMI-Anschluss und einen USB-Micro-Anschluss. Hier das HDMI-Logo. Ja, und sonst recht unspektakulär, würde ich sagen. Sonst ziemlich klein, würde ich mal sagen. Ich lege mal den Controller da drauf. Dass man quasi so einen Größenvergleich hat. Wenn man jetzt quasi den NES-Controller kennt, dann kann man sich gut vorstellen, wie klein die Konsole ist. Zack. So. Gut. Dann haben wir es soweit. Das gute Stück hier. Und ihr konntet mal schauen, was in dem Karton alles drin ist. Und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich die Konsole mal angeschlossen habe. Und dann schauen wir uns mal das Menü zusammen an. Alles klar. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.